Der Urlaub Ein Mensch fuhr im Urlaub, versorgt sein Haus, dreht überall die Lichter aus, in Zimmern, Küche, Bad, Abort, dann sperrt er ab, fährt halter fort, doch jäh, im hintersten Tirol, denkt er voll Schrecken, hab ich wohl die Haustür wirklich abgeschlossen? Er ist nicht sicher, unentschlossen, und steigert, wählt sich in den Wahn, er habe dieses nicht getan. Der Mensch sieht, schaudervoll im Geiste, wie man gestohlen schon das meiste, sieht Türen offen, angelweit, das Licht entflammt die ganze Zeit. Zu klären solchen Sinnestrug fährt heim er mit dem nächsten Zug und ist schon dankbar, bloß zu sehen, das Haus blieb wenigstens noch stehen. Wie er hinauf die Treppe keucht, kommt aus der Wohnung kein Geläucht und plötzlich scheint es dem armen Manne als Plätschers in der Badewanne. Die Ängste werden unermessen, hat er nicht auch das Gas vergessen? Doch nein, er schnuppert, horcht und eugt und ist mit Freuden überzeugt, dass er, hat er es nicht gleich gedacht, zu Unrechtssorgen sich gemacht. Er fährt zurück und ist nicht bang. Jetzt brennt das Licht vier Wochen lang.